Diese ganzen Sachen können wir demnächst in Brawl Stars erwarten. Und zwar werden wir wahrscheinlich am 20. April um 17 Uhr den neuen Brawl Talk bekommen. Und nicht nur das, wahrscheinlich werden nächste Woche die Mecha Leon Skins kommen. Dazu sind jetzt auch noch die Gewinner Skins von der Make Kampagne geleast worden. Und zwar werden wir einmal diesen coolen Samurai Jeanskin bekommen. Und dazu auch noch den Albtraum Sandy Skin. Und das ist immer noch nicht alles, denn es wurde auch noch der Mecha Cold Skin geleakt. Das heißt, diesen Skin werden wir auch zu 100% im Spiel erhalten. Aber das war immer noch nicht alles, denn zwar sollen wir als nächstes Virus Skins bekommen. Zum einen diesen Virus Charlie Skin. Dazu auch noch den Virus Fang Skin. Auch der Virus Larry Laurie Skin soll ins Spiel kommen. Und als letztes auch noch der Virus Brock Skin. Also ihr seht, wir können uns in der nächsten Zeit auf sehr coole Skins und generell sehr coolen Content freuen. Lasst gerne ein Follow da.